Ganz zum Schluss nur, wird der Herbert Kickl auf jeden Fall bleiben. Also auch wenn die ÖVP nach der Wahl sagt, mit euch würden wir jetzt im Bund, nicht im Land. Selbstverständlich, um Gottes Willen, selbstverständlich. Er ist der Bundesparteiobmann, er wird als Spitzenkandidat ins Rennen gehen, er wird ein großartiges Ergebnis haben. Da steht überhaupt nicht zur Diskussion.